Was? Ein sprechender Kaktus? Hä? Ja. Hab ich auch grad vorher gesehen. Ich dachte auch nur so, ähm, äh, ja. Stechender Kaktus ist das. Ah, der gibt Elektroschutz. Ich kann kein Auto fahren. Okay. So. Oh scheiße, ich muss nur ein Ohr freimachen, ey. Ich weiß nicht, wie laut ich hier rumschrei. Ja, Stunt. Bei mir auch, die auch. War fein, war fein. Ja, knall ihn ab. Da bist du drin. Stechender K... Ey, was ist los? Was, was, was? Ach du Penis, schießt auf mich oder was? Ach ne, die schießt auf mich. Ja, nimm eure Geschütze. So, Stechender Kaktus muss sterben. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Oh, kann ein bisschen dauern. Warum hast du dir eigentlich kein Auto geholt, Marcel? Es gibt nur zwei. Echt? Ach, das habe ich vorhin... Du hast mir überhaupt nicht zu. Niemand. Niemand hat mein Klagen, mein Leiden. Oh. Ich finde nur die Muschee für alles. Ja. Oder für gar nichts. Ja. Gehört sie auch so. Mit nur die Muschee. Oh. Safe point. Oh, nein. Ich... Was für lecker? Geck lecker? Geck lecker? Geck lecker. Das sind Tiere aus dem ersten Teil. Roland. Mies wie Sixie vom Dach. Ich wollte eigentlich woanders... Ach, ich kann... Roland. Roland, der ist aus dem ersten Teil ein spielbarer Charakter gewesen. Roland. Roland. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Meine Männer erziehen mir das Corporal Rhys nicht mit dem... Oh Gott! Wir brauchen, um die Schilder der Stadt aufrechtzuerhalten, zurückgekehrt ist. Wegen Rhys' Nassau zu... Ich lege... lege euch alle um, Alter. Bist du einer der Raiders? Oh. Roland hat dich kontaktiert? Ja, mit Sicherheit. Hör auf das, was er sagt. Der kann uns helfen, Jack zu besiegen. Dreh dich, wie ich mich um ihn herum bewege. Hahaha. Hahaha. Alter Mann, jo. Wenn ihr nicht fahren könnt, dann gehe ich hier in der Tisch. Nö. Lus. Ich folge der Markierung auf der Karte. Wo ist ne Markierung? Achso. Ja, diese Raute. Oh. Kann das auch nicht die Dinger voll scheiße zu steuern sind? Nehmen wir auch Diamantniko. Ach, stechender Kaktus war da gerade. Kann man die hier, ähm... Hier kann man nicht durch, wie du dich. Ich wollte euch sagen, dass ihr euch wegen dieser Irgweben nicht die hübschen Köpfchen zerbrechen brauchen. Mit jeder Erschütterung kommt meine Bohrer der Kammer näher und das heißt Freiheit in Ordnung. Oh jo, das klingt ja gut, ne jo. Hallo. Oh, der Teil lenkt überhaupt nicht. Du musst mit der Maus. Ja. Kann man das Ding da feststellen? Mit der Maus lenken? Oh, das muss doch mal einer sagen. Martin, da müssen wir hinmatten. Bei dieser Leiche. Da, wo jetzt kein Ding ist. Da, wo jetzt kein Ding ist. Aaaaah. Stimmte Scheiß mit dir. Ich will hier von meinem Auto runter, von meinem pinken... Auto. Jo. Ich hol dir, was da auf der Straße liegt. Das ist... Überleid ja rum. Gehen... Niemand. Hmmmm. Es ist immer wieder und hat sich oder der schul ist nur der gefickte also nur so am Rande ich bin ich glaube wir sind schwul meinte der gerade ja das Thema Türen oder so ich bin schon tot wo bin ich hier heute bin ich noch eingefallen wo auch das hat mich nicht bieten ich hab und bei mir verdeckt ich hab mein Fett doch schon weggekriegt und warten die denn ganz viele Gegner komm mal bitte her die tüte 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 Flammerzwerch so oder gar nicht reinfahren oder so da steht sterb gerade oder einer von euch euch kommen wir nicht drüber heute schon ihr müsst ohne mich weiter ich komme nicht hin ich lasse nicht einfach zurück ja ja das habe ich zwar nicht gesagt aber macht es einfach verdäutig hoch aber du hast recht die Mission ist wichtig als das einzige was zählt ist die Mission so jetzt kommen kommen ich muss ja über die scheiß Brücke drüber kommen komm ich gebe alles schau wieder tot man scheiß feuer ich schaff das heute noch ich schaff das yeah baby yeah dann kümmert dich gleich mal um die ganzen Gegner da und knall die einfach mal down ich bin down aber ich spawne direkt neben euch wieder hey ich treff gar keinen und ja boah schieß ich überhaupt warum haben die alle so solche Freak Masken auf weil die Freak sind und warum ey dein Auto ist kaputt tatsächlich ich habe auch irgendwie das Gefühl das Ding hat nicht geschossen ich weiß nicht wieso und diese Arschgerichter machen so viel Damage belebe mich jemand wieder wo bist er in der Mitte vom ganzen Laden auch ich kann nicht währenddessen schießen na egal okay nochmal jetzt jetzt dann schauen wir gleich als zu dritt in meinem pinken Auto zählt und zu zweit ja oh 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 ja ja hier kommen die Plünderer ja 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 da kommen wir schon wieder neue egal mal nicht die meine Munition jo äh da so 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 komm 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 gott man killt ihr nicht mal wenn ich die kill mir wenn ich kaputt bin ja das Problem hatte ich vorhin auch so als Mann kaputt da komm stippern dich du und ja du stimmst auch nein ja toll über mich nicht nachladen ich drücke ey was macht wo macht der ne ich werd selber grad getötet eh musst du glaub ich dann oder ne 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 okay schön dass ihr mir mein Leben immer klaut sowieso wir nur noch hier so ein Arsch voll Kod Brocken ja da schreibt mir grad einer ob er grade stört ne du störn dich wo kommt man jetzt hier lang wenn man hier rein läuft Frostburn Canyon ne da wollen wir ja nicht hin ne äh keine Ahnung ich bin eh recht verwirrt von daher aber ist das so rautig ich weiß wo's hingeht ey warte 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 hier drinnen ist was glaub ich was wir brauchen nein da ist nichts doch 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 ne oder weiß nicht der kann sich aber ein Auto holen glaub ich ja ich hol mir auch ein Auto jetzt aber da ist nix ja das weiß ich ja tschüpp 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 schupp tschüpp 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 jetzt erstmal wieder meinen pinken Porsche rein kommst du auch bei mir rein Marcel piepo ja kann ich machen ich hab mir jetzt ein Auto mit Raketen und geholt uah huuieieieieie ich wollte voll im Schwung reinspringen aber es hat nicht geklappt ich hab Raketen das freut mich aber nicht so währenddessen mach ich eben meinen Skill ach kann ich grad nicht ja das ist natürlich scheiße wir sind hier falsch niemand wir sind hier voll konkret richtig nein Monsters Monsters, yo Ihr seid so konkret falsch alter das ist unfassbar Scheiße wir sterben Nein das sieht nur so aus fahr einfach weg Niemand gibt die P, yo Vorsicht Stein Vorsicht da kommt ein Stein auf die Züge So 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 Nee 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 Okay Ich glaube kann man die eigentlich reparieren Niko Ah die reparieren sich Ah ne man muss hier Ne man muss auf das Ding da rauffahren Irgendwie Äh oh da war ordentlich hier Ja so sah doch bei Lungen fährt auch aus Martin wir müssen hier zu diesem Ein fliegendes totes Ding was das denn Hä Seht ihr das auch? Nö Es fliegt so ein Vieh über uns Nein Doch da Bei mir schon Kann mir nicht Bleib mal stehen Bleib mal stehen Das ist doch die Tür So Alles klar So was willst du jetzt hier machen Niko? Ja hier reingehen Da fährt man rein ja? Nein Doch Aber man kann reinfahren aber man ist dann nicht drin das ist ein Unterschied Du kannst bestimmt nicht Martin Böhm 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 Jaaaa Ich geh dann mal Beim Versuch da reinzufahren Voll geil mit Ausfluss Gibt's auch Flugzeuge Gibt's auch Autoscooter Äh so können wir voll konkret abhängen weißt du Ey Niko da kommen Gegner Ausgewachsen Bullimog Kann man das Auto noch mal hören? Äh holen nicht hören Ne bringt ja nix Glaub ich hier In die Tod Aua 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 Die tun mir weh Die tun mir weh Kommen wir nicht rein hier Ja das war ein Scherz Ist mir schon klar dass wir hier nicht reinkommen Ja der war aber nicht witzig Ja das sollte auch kein lustiger Scherz sein Sondern so FOTZE 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 Sei es dass er nicht tot Wo? Ey sag nie wieder FOTZE ohne dass ein in der Nähe ist Arschloch Klar mein pinkes Auto an dem FOTZE Ja das stimmt und du auch Lass mich Der geht gar nicht Gib mir Leben bitte Bo Mach Und hin Die müssen wir lang Hier wird so ein Typ vom Widerstand irgendwie verprügelt von irgendwelichen Mongos Ach du ich Teil werden healthier Leute die verprügeln den Lass mal durchgucken Okay Geschützturm Abo Da 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 Mh, mh, bäh, hallo? Ja hör doch mal, was der weiß. Oh, ey. Oh, Drecksviecher. Diese Fledermäuse gehen mir ganz schön auf die Klöten. Ja, mir auch. Ich bin das über Fledermäuse, es ist jetzt am helllichten Tag und die fliegen rum. Ich glaub das sind Drachen, oder? Und keine Fledermäuse. Richtig feuerspeinende Drachen sind das. Richtig so angsteinflößende Viecher. Ah, volle hasse Shit. Pfff, Gesundheit. Danke. Fick dich. Krankheit, Martin. Guck, 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 guck. Die Dinger kann man nicht treffen. Soll ich mal mit der Granat abwerfen, bringt's glaub ich voll und so. Ja, die fangen die. Oh, Gelsabum. Nein, tut sie nicht. Du musst warten, ist die auf die zugeflogen kommen, ey, sonst kannst du dort knicken. Ne, also ich schieß auf.